Bei Bart kannst du halt sehr sehr viel machen. Bart kannst du tanken spielen, Bart kannst du mit Active Items spielen, Roaming Spielstil, das ist alles gegeben. Hallo, Leck. Ja. Ezreal, versuch mal zu chuken, dass wir nicht da sind, wenn der gegnerische Jungler bereits unseren gespottet hat. Der Minion Block. Ja, Lee. Hast du wieder nicht reagiert? Wie er den Gang einfach frühzeitig abbricht. Wir müssen zumindest Auto-Attacken, was das Zeug hält. Lass mich mal kurz hier hinter, ich brauche mal einer. Nein, danke. Wenn ich hier rübergehe, habe ich auch wieder Mano für eine Q. Nein. Nein, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fiesta. Schade, dass ich die nicht so oft bedrohen kann, wie ich das möchte. Ja, sowas ist zwar nett, aber das reicht halt nicht. Das ist nicht gut. Ich habe ihm halt noch den Ward da gelassen, das war das Einzige, was wirklich noch ging. Ähm, Ezreal? Was? Für die Sekunde. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der kann schon tanzen. Weiß. Bitte schön. Der war von mir. Ja. Halalie. Ohlala. Hast du dir so gedacht? Weiß nicht, wo Kragas ist, aber Kragas tut weh. Haben wir schon mal gelernt? Ja, was machst du da? Nicht viel auf jeden Fall. Das ist das Problem. Wobei? Wobei? Na komm. Ah. Hat sogar relativ gut funktioniert. Normalerweise macht man es anders. Okay. Schreibst du. Schreibst du. Schreibst du. ARD Text im Auftrag von Funk So, den, 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 geil, mein auch, nice, dass wir das wieder gewinnen. Ich hätte leider mal eine Ulti nicht, wenn die rauskommt, das sicherste First Pick, je nachdem, was du kannst, ich habe hier jetzt eine Bart First gepickt, kannst du super machen, du kannst eine Nami nehmen, du kannst eine Lulu nehmen, du kannst Alistar nehmen, what the heck? Bis zum nächsten Mal.